Mit dem neuen Handfunkgerät STP8X erweitert Sepura seine STP-Familie um ein Endgerät mit besonderen Fähigkeiten. Das STP8X ist Atex-zertifiziert und steht sowohl als Modell mit reduzierter Tastatur als auch in einer neuen Variante mit Volltastatur zur Verfügung. Beide Geräte zielen dabei speziell auf den Einsatz in explosionsgefährdeten Gas- und Staubumgebungen ab. Das STP8X besitzt die Schutzklasse IP67 und ist damit tauchfähig und salzwassergeschützt. Wie alle Geräte der STP-Familie verfügt auch das STP8X über ein brillantes Display. Eine komplett neu entwickelte grafische Benutzeroberfläche ermöglicht eine intuitive und damit schnelle und einfache Bedienung. Darüber hinaus zeichnet sich das STP8X durch seine gute Bedienbarkeit aus, die auch mit dicken Schutzhandschuhen gewährleistet ist. Deutliche Tastaturdruckpunkte mit eindeutigem Feedback ermöglichen eine sichere Kommunikation. Zur Abstimmung auf die Anforderungen spezieller Einsatzbereiche kann das STP8X durch spezielle ex-geschützte Zusatzausrüstung ergänzt und damit individuell angepasst werden. STP8X – der neue Standard für ex-geschützte Handfunkgeräte Weitere Instance Vielen Dank.